Türkgücü München. Es gibt keinen deutschen Amateurverein, bei dem so viel los ist. Die dritte Liga war ziemlich chaotisch. 2022 gab's die Insolvenz, sie hatten kein Geld mehr, um weiterzuspielen, die Saison wurde abgebrochen und die logische Konsequenz war der Zwangsabstieg. Der Verein war nur noch ein großer Scherbenhaufen. Die Stimmung war total am Boden, muss man sagen. Insgesamt im Umfeld, im Verein, in den sehr engen Kreisen. Nichtsdestotrotz musste man sich Gedanken darüber machen, wie's weitergeht. Ja, ein Neustart in der Regionalliga. Trotzdem hat's in der letzten Zeit viele Schlagzeilen gegeben. Ein Investor ist gekommen, er steckt Geld rein, und zack, plötzlich ist er wieder weg. Die Spieler kriegen kein Gehalt. Im Winter hat's deshalb 13 Abgänge gegeben. Quasi ein riesengroßer Umbruch. Gerade haben sie einen neuen Kader gebaut mit günstigen Notlösungen. Dann kommt die nächste Meldung, eine Transfersperre. Die FIFA hat sie bestraft, denn als Profiklub in der dritten Liga haben sie für einen Spieler nicht die komplette Ablöse bezahlt. Es wirkt noch immer ziemlich chaotisch, und da kann man natürlich jetzt draufhauen. Ich hab mir aber gedacht, ey, komm, ich red mit den Leuten, damit sie die Situation erklären können. Genau das haben sie gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was in den letzten eineinhalb Jahren dort abgegangen ist. Und was ich tun muss, damit's endlich mal ruhiger wird. Also, los geht's. Start mal mit der Story 2022. Türgützsche München ist insolvent. Das ist natürlich ne schwierige Situation, kann aber auch ne Chance sein. Denn der Klub hat ein weißes Blatt Papier vor sich. Man kann bei null anfangen und alles neu gestalten. Präsident Taschkin Akkay ist seit über 30 Jahren im Verein. Für ihn geht's erst mal darum, alles zu stabilisieren. Schritt eins ist, Geld zu organisieren. Denn das ist als Basis wichtig, um überhaupt semiprofessionellen Fußball spielen zu können. Als Verein, der gerade pleite gewesen ist, ist das nicht leicht. Aber man hat's geschafft, und das als Kollektiv. Da war eine Gönnergruppe von 20 Personen, die dann leider weniger wurde. Allerdings haben wir dann schon festgestellt, okay, aus diesem Kreis können wir eine Regionalliga finanzieren. In einer bestimmten Machbarkeit. Das Ziel ist gewesen, und das habt ihr ja gerade gehört, in der Regionalliga Bayern zu starten. Da fragt man sich als Erstes, wieso? Türkgücü hätte ja auch ein bisschen weiter unten anfangen können, wo deutlich weniger Geld nötig gewesen wäre. Es hat insbesondere zwei Gründe. Zum einen den Anspruch. Türkgücü hat lange Zeit tief im Amateurfußball gekickt. Man weiß, wie schwer es ist, nach oben zu kommen. Und die Regionalliga ist viel wert. Und deshalb wollte man das einfach nicht so leicht aufgeben. Zum anderen geht's um die Plattform. In der Regionalliga gibt's keinen anderen, ich sag mal, normalen Klub aus München. Hier sind mal die Landkarte, es sind viele Dorfklubs mit dabei. Buchbach beispielsweise ist mit dem Auto 40 Minuten entfernt. Wenn du als Spieler mehrfach pro Woche zum Training fährst und dann noch mal zum Heimspiel, kostet das natürlich viel Zeit und insbesondere Kraft. Es ist ein Luxus, einen Klub direkt in München zu haben. Darüber hab ich mit Matthias Horner gesprochen. Er ist Journalist und bei den Türkgücü-Spielen vor Ort. Er meint, man möchte München repräsentieren. Und das hat dann aus Vereinssicht sogar noch einen Vorteil. Dass du halt wirklich einfach als Spieler vielleicht sogar unter Umständen auf Geld verzichtest, um Regionalliga spielen zu können. Weil es einfach eine Plattform ist, wo man sich präsentieren kann, um auch, wenn man den Ehrgeiz hat und den Anspruch hat, nochmal in den Profifußball vielleicht reinzukommen. Deshalb ist man nicht weiter unten in der Bayernliga gestartet. Es wäre finanziell zwar leichter, aber dort wären sie nur einer von vielen. Türkgücü hat wirklich alles in ihrer Macht Stehende getan, um in die Regionalliga zu kommen. Wobei es ist bis zur letzten Sekunde nicht so ganz klar gewesen, dürfen sie da überhaupt starten? Schuld daran ist, Türkgücü hat kein eigenes Stadion. Sie sind ja schon seit der Ewigkeit auf der Suche und finden nicht den passenden Ort. Das Grünwalder Stadion ist im Herzen der Stadt. Es ist halt viel zu groß und zu teuer. Pro Heimspiel bezahlen sie ca. 10.000 Euro, wurde mir gesagt. Und dazu dürfen sie maximal zwölfmal pro Saison da rein, weil die Auslastung schon ziemlich hoch ist. Um das noch mal zu verdeutlichen, Türkgücü München kriegt finanzielle Probleme, weil 40 Prozent des Budgets allein für die Stadionmiete draufgeht. Deutlich mehr als beim Großteil der Konkurrenz in der Regionalliga. Für die anderen Heimspiele braucht man eine Alternative. Aber es gibt auch hier keinen passenden Ort. In Heimstetten, in Fürstenfeldbruck, das hat alles nicht funktioniert. Und das ist natürlich dann auch ein richtig mieses Gefühl. Zum Schluss war das ja dann die letzte Möglichkeit, Olympiastadion München einzureichen, um am letzten Tag noch die Lizenz tatsächlich für die Regionalliga zu kriegen. Und damit haben wir es eigentlich geschafft. Und ich hab das als Odyssee eigentlich bezeichnet. So, sie haben die Lizenz erhalten. Schritt zwei ist dann, den Kader zu bauen. Das ist natürlich parallel passiert. Türkgücü hat auch hier ein weißes Blatt Papier gehabt, denn wegen der Pleite sind keine Spieler da gewesen. Der Trainer Alper Kayabunar, der sportliche Leiter Roman Plesche und der Sportvorstand Seda Yilmaz haben sich an einen Tisch gesetzt, ihre Smartphones in die Hand genommen und sehr viel telefoniert. Es ist ja kaum Zeit gewesen, bis zum Ligastart nur circa vier bis fünf Wochen, um den ganzen Kader zu bauen. Sie haben da insbesondere auf eine Sache Wert gelegt. Auf die Achse, also auf den Kaderplan. Im Kaderplan machst du ja das Wesentliche ist immer die Achse, dass du einen guten Torwart hast, dass du gute zwei Innenverteidiger hast, gute Sechser und natürlich auch einen guten Stürmer. Und drumherum ist es dann eher, wo du auch mit jungen Spielern spielen kannst. Aber die Achse war uns sehr, sehr wichtig, dass wir da erfahrene Spieler mit ins Boot reinholen. Das haben die super geschafft damals. Also unser sportlicher Leiter, auch Trainer, die auch wirklich ihr Wort gegeben haben und eine gute Mannschaft dann auch geformt haben. Ja, das hat geklappt. Hier ist mal die Aufstellung vom ersten Spiel. Das war gegen den SV Heimstetten. Da konnten sie 2 zu 1 gewinnen. Im ersten halben Jahr muss man wirklich die Achse hervorheben. Christian Rech ist als erster Spieler unter Vertrag genommen worden. Man hat intern gesagt, okay, wenn man ihn kriegt, wird alles leichter, denn er ist ein Charakter, der die Kabine zusammenhält. Dann Kevin Hingerl mit knapp 200 Regionalligaspielen zu dem Zeitpunkt und Marco Holz, der über 300 Profispiele in seiner Karriere bestritten hat. Und dazu war er schon früher bei Türkgücü. Auf was ich hinausfiel ist, die Qualität im Kader war sofort da, aber natürlich war er zum Saisonstart noch nicht so ganz fertig. Ein Rückkehrer ist später gekommen, Ünal Tosun. Seit 2018 ist er da. Von der Bayern bis in die 3. Liga hat er wirklich alles miterlebt. Und er konnte sich bei Türkgücü den Traum erfüllen, Profi zu werden. Wegen der Insolvenz ist er weg gewesen. Und sie haben ihn überzeugt, dass er wirklich gebraucht wird. Sie wollten mich unbedingt sportlich wieder gewinnen und auch menschlich. Also sie wollten mich einfach wieder in der Mannschaft haben. Und das hat mir dann auch ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache es. Was ziemlich speziell ist, davor hat er schon geholfen, den Kader zu bauen. Er hat Tipps gegeben, welche Spieler passen könnten, denn bei Türkgücü braucht man ein ziemlich klares Profil. Er muss vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger sein wie woanders, weil bei uns ist halt einfach immer was los. Und ja, einfach einen guten Charakter haben. Die Spiele habe ich auch empfohlen und hat auch gut funktioniert, denke ich. So ist der Verein dann direkt konkurrenzfähig gewesen, was ja bei weitem nicht selbstverständlich war. In der Regionalliga-Hinrunde sind sie auf Platz 8 gelandet, mit einer ausgeglichenen Bilanz, sowohl was die Tore bzw. Gegentore betraf, als auch die Siege und Niederlagen. Es hätte ja fast sogar noch ein Star bei Türkgücü gespielt. Kajubi, deutscher Meister, über 10 Jahre in der Bundesliga. Er war aber schon im Herbst seiner Karriere und das wäre seine letzte Chance in Deutschland gewesen. Ich habe gefragt, ey, wie ist er denn gewesen? Er hat ja mittrainiert und alle bei Türkgücü haben ihn gelobt. Sie haben gemeint, ey, das war ein toller Charakter und er pushte die Leute im Verein. Ältere Bruder, sage ich mal so. Also der hat wirklich die Mannschaft in die Hand genommen und wollte wirklich führen. Und das hat man gesehen, auch seine Zweikämpfe, auch in Trainingseinheiten. Das war wirklich schon begeisternd. Alle, die dann ihn gesehen haben, da ging es halt im Training. Es war ein Tempo drin. Durch ihn nochmal, das war natürlich eine Qualität mit dabei. Ein Ex-Profi mit am Boot zu haben, das war, leider hat es nicht geklappt. Am Ende hat Kajubi kein Pflichtspiel bestritten. Er bekam keine Arbeitserlaubnis, es gab auch private Probleme, deshalb musste er zurück nach Brasilien. Das Kapitel war so vorbei, bevor es richtig begonnen hatte. Zu der Zeit hat es noch einen Skandal gegeben, im Duell gegen den FC Bayern im November 2022. Es ging um dieses Banner, Fanclub Kurdistan. Das ist ein fiktiver Fanclub, ein politisches Statement. In der Türkei hat es davor einen Terroranschlag in Istanbul gegeben. Die Emotionen waren dementsprechend eh schon aufgeheizt. Was dort alles passiert ist, war ziemlich undurchsichtig. Aber Matthias Sorner war vor Ort und er hat es uns zusammengefasst. Da ist dann einer von den Offiziellen mit einer Security-Weste dann halt da hin und hat versucht, dieses Banner runterzureißen, was natürlich auch nicht besonders hilfreich war. Das hatten die aber dann relativ fest montiert. Da gab es dann irgendwie die ersten kleinen Tumulte. Und aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich das eigentliche Problem an der ganzen Sache, ist dann halt auf einmal wirklich die Polizei da mit roher Gewalt einfach rein und hat mit Schlagstöcken und Pfefferspray dieses Transparent entfernt, was natürlich für extrem unschöne Bilder gesorgt hat. Ich verstehe jeden, der Türkei einfach nicht mag und die dann auch wirklich angeht und im Fußball für mich auch Provokationen gehören dazu. Es ist Teil des Geschäfts. Die politische Note hätte es aus meiner Sicht einfach nicht gebraucht und die hat das Ganze dann auch hochkochen lassen. Naja, kommen wir zurück zum Sportlichen. Türkei hat eine solide Saison gespielt. Am Ende sind sie nochmal abgerutscht. Hier ist die Entwicklung in der Tabelle. In den letzten sieben Spielen kein Sieg, so der Abstiegskampf und es ist wirklich sehr eng geworden. Am Ende sind sie punktgleich mit der Spielvereinigung Ansbach gewesen. Die musste in die Relegation Türkei gerade so nicht. Obwohl die Zukunft in Gefahr war, ein Abstieg hätte ja wieder vieles kaputt gemacht, wurde in den Gesprächen immer wieder eine Sache hervorgehoben. Es war sehr wenig Druck von oben da, also wir konnten einfach performen und deswegen haben wir auch dann das Ziel, was gesteckt wurde, einfach nur sagen, mit dem Klassenerhalt zum Glück geschafft. Ja genau, früher hat es deutlich mehr Druck gegeben. Der Klassenerhalt ist also fix und Türkei hat ein solides Fundament zu dem Zeitpunkt gehabt. Der Neustart klappte, es war etwas ruhiger und auch nachhaltiger und man dachte doch, ey, darauf lässt sich aufbauen. Tja, oder auch nicht. Türkei München lernt nicht aus den eigenen Fehlern. Jetzt kommen wir zur chaotischen Zeit. Ein neuer Investor ist im Juli 2023 gekommen, Milan Rapaic. Ein Ex-Profi, kroatischer Nationalspieler, der in der Türkei aktiv war und da denkt man sich doch, hä, der hat mit dem deutschen Fußball nichts zu tun, kennt sich nicht aus. Also, warum macht man das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Fußball ist ein Business und Regionalliga ist nicht die niedrigste Klasse in Amateurfußball. Das ist ein Station vor Profi. Ein Investor, der in Fußball in dieser höheren Klasse investiert, hat natürlich ein Interesse. Mittelfristig stabilisieren, langfristig nach oben schauen. Das war die Devise. Das Grundprinzip ist ziemlich simpel. Rapaic will investieren, um dann selbst irgendwann Geld zu verdienen. In der Regionalliga klappt das nicht und dementsprechend, ja, gibt's nur einen Weg. Du musst aufsteigen. Es gibt ja immer wieder ausländische Investoren im deutschen Fußball, aber egal wo. Beim KFC Uerdingen, bei Viktoria Berlin oder auch beim TSV 1860 München. Überall gibt's hohe Ambitionen und jedes Mal endet es im Chaos. Die Gefahr muss man sehen, aber in dem Fall bei Türkecü ist sie übersehen worden. Die Kooperation hat dann so funktioniert. Es war nicht so, dass man sagt, hier habt ihr einen Betrag X, sondern es wurde über ein Budget des Saisons eben gesprochen und für diese Saison mit diesen Zielen wurde ein Rahmen gesetzt und diese Finanzierung hat der Investor eben dementsprechend zugesagt und hat dann sukzessive Zahlungen zu leisten gehabt. Das Budget haben sie fest eingeplant. Bei Türkecü hat eine Sache Tradition. Stichwort Umbruch. Der Kader wird Jahr für Jahr stark verändert und komplett umgebaut. Auch im Sommer 2023 die Bilanz 17 Neuzugänge und 15 Abgänge. Wobei, im Vergleich zu früher soll es einen großen Unterschied gegeben haben, meint der Sportvorstand. Allerdings hatten wir einen sehr breiten Kader. Wenn man jetzt den Kader vom letzten Jahr anschaut, ich glaube, dass die Achse oder der Kern der Mannschaft immer noch zusammengeblieben ist. Und das war für uns auch sehr, sehr wichtig. Das Konzept ist ja sehr, sehr klar gewesen. Erfahrene Spieler sind geholt worden, die eine gewisse Qualität hatten und von denen man wusste, was sie können. Sieben Spieler waren mindestens 26 Jahre alt. Sie waren in der Regionalliga etabliert, kannten die Liga, aber das Problem, ihre Gehälter waren vergleichsweise hoch. Zumindest aus, was man gehört hat. Das in Kombination mit der hohen Stadionmiete irritierte intern dann schon einige. Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass man nach dem letzten Jahr dann wirklich sofort wieder angreifen möchte, dass man wieder gleich oben mitspielen möchte. Aber wir sind halt ehrgeizig, der Verein ist ehrgeizig. Es hat sich, denke ich, einfach zu dem Zeitpunkt so auch ein bisschen ergeben. Ja, wegen des Investors beziehungsweise seines Geldes. Türkecü hat zu schnell zu viel gewollt. Das Ziel war, oben mit dabei zu sein und ja, das klappte. In dieser Saison gab es zwei Duelle gegen den FC Bayern. Beide Male konnte man gewinnen. Vier zu eins und zwei zu null. Die Spieler waren körperlich reifer als der Nachwuchskader. Gegen den Ball konnten sie aggressiv Mann gegen Mann verteidigen, den Ball gewinnen und dann schnell angreifen. In der Tabelle ist Türkecü nach oben geklettert, in der Regionalliga bis auf Platz vier. Aber klar, der Weg ist beziehungsweise war riskant, intern brodelte es. Türkecü war vom Geld des Investors abhängig. Ohne ihn konnte man so nicht überleben. Und jetzt ratet mal, was passiert ist. Ja gut, die Zahlungen sind dann eben nicht erwartet, wie erwartet gekommen. Wir haben dann nachgefragt, worum es geht. Und ab da ist natürlich ein reibungsloser Ablauf nicht mehr gegeben. Dass man die Gehälter nicht mehr zahlen kann. Es war schon im Sommer schon bekannt gewesen, dass man das nicht mehr zahlen kann eigentlich. Und deswegen war ich auch schockiert von Anfang an. Ab da ist es ziemlich chaotisch geworden. Rapaic hat als Investor nicht gezahlt und das macht man ja nicht ohne Grund. Er hat sich öffentlich geäußert. Zum einen hat ihm das Vertrauen gefehlt. Es wird ja Geld nur investiert, wenn man das Gefühl hat, dass es sinnvoll ausgegeben wird. Man will es nicht verbrennen. Sein Sohn Boris sollte Sportvorstand werden, um zu kontrollieren, dass das auch genauso gemacht wird. Aber das ist nie passiert. Intern sind sie kollidiert. Es gab Meinungsverschiedenheiten. Es klang so, als ob man sich nicht einig war. Serdar Yilmaz ist ja, stand jetzt der Sportvorstand und ihn habe ich logischerweise darauf angesprochen. Und für ihn war das Problem, dass Boris zu selten in München war. Er sollte immer mehr dabei sein, weil um als Sportdirektor oder als sportlicher Leiter hier zu fungieren, muss man die Liga kennen, muss man die Spieler kennen. Man kann einfach nicht sagen, das habe ich ja damals auch nicht anders gemacht. Ich habe vor eineinhalb Jahren als Sportvorstand noch mal, ich habe mich viel mehr um das Sportliche kümmern sollen. Ich habe mich auch mit der Thematik befasst. Also deswegen glaube ich, dass diese Kommunikation nicht so ganz gestimmt hat. Yilmaz hat noch zu mir gemeint, wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass es gut für den Verein ist, hätte er den Job abgegeben. Aber das war hier nicht der Fall. Zum anderen geht es um die Kommunikation. Das Budget ist ja ganz klar besprochen worden. Dem Investor ist aber anscheinend nicht erzählt worden, wie schwierig die finanzielle Lage ist. Fakt ist, die Spieler haben im Herbst keine Gehälter bekommen, die Prämien wurden schon einen Monat davor gestrichen und der Verein konnte dem BFV keinen Nachweis geben, dass für einige Spieler Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden. Sie wurden gesperrt und trotzdem dann gegen den 1. FC Nürnberg eingesetzt. Die Folge, naja, Türkucü hat dieses Spiel am grünen Tisch verloren und es gab einen Punktabzug. Hier gibt es verschiedene Sichtweisen. Der Investor meint, diese finanziellen Probleme hat er nur über Umwege erfahren und deshalb die Zahlung eingestellt. und der Verein meint, die Zahlungen des Investors sind davor schon verspätet angekommen und deshalb gab es die finanziellen Probleme. Egal, wie man es dreht und wendet, es ist einfach sehr schlecht kommuniziert worden und beide Seiten haben sich entfremdet. Dass sie wieder, um es auf den Nenner zu bringen, den Größenwahn anheim gefallen sind und halt einfach darauf wieder reingefallen sind und halt da wieder, wie man hier in München sagt, von die Weißwürste gerammt haben und gemeint haben, dass sie halt jetzt einfach wieder da oben mitspielen wollen. Der Investor hat mittlerweile alles beendet. Türkucü München ist jetzt im Winter wieder ein Scherbenhaufen gewesen. Wie es weitergeht, wusste keiner so richtig, im Kader hat es mal wieder einen Umbruch gegeben. Hier ist die Aufstellung vom letzten Ligaspiel gegen Illertissen. Das Gerüst ist fast komplett weggebrochen. Christoph Frech, Kevin Hingerl, Marco Hingerl, Maxi Bärwein und dazu noch einige Ersatzspieler. Insgesamt 13 Abgänge. Viele von ihnen hatten beim Neuaufbau geholfen. Maxi Bärwein beispielsweise und der meinte im Dezember, es brennt lichterloh. Auch er kritisierte die Kommunikation ziemlich stark. Die Bosse hatten im Oktober in der Kabine noch erklärt, hey, so ist die Lage und sie hatten die Hoffnung, dass alles gut wird, aber danach gab's Funkstille. Das war's. Man muss sich ja da auch mal in die Spieler hineinversetzen. Du kriegst kein Gehalt und trotzdem spielst du weiter. Du trainierst mehrfach die Woche. Ja, und in der Zeit war in der Kabine natürlich sehr wichtig, Führungsspieler zu haben. Ünaltosun beispielsweise als Kapitän hat ja schon was sehr ähnliches in der dritten Liga erlebt. Es ist immer unterschiedlich. Der eine ist halt natürlich viel besorgter wie der andere. Der andere ist ein bisschen sensibler wie der andere. Und da versucht man halt, sich natürlich auszutauschen, auch als erfahrener Spieler ein bisschen, ein bisschen so, den Druck rauszunehmen, ein bisschen Mut zu machen. Und dann tauscht man sich natürlich regelmäßig aus und hofft auf das Beste. Sportlich haben sie sich überhaupt nichts anmerken lassen. Dann großer Respekt ans Team. Insgesamt sieben Spiele sind es am Ende ungeschlagen gewesen. Das Motto im Verein ist überall Familie. Früher ist es sogar hier auf dem Trikot gestanden. Das Problem ist, die Bosse haben in diesem ganzen Chaos nur noch auf das Finanzielle geschaut, aber nicht mehr auf das Menschliche. Sie haben vergessen, mit den Jungs zu reden, sie zu unterstützen, zu helfen. Kommunikation ist in so einer schwierigen Phase das Aller, Aller, Allerwichtigste. Mir hat jemand gesagt, dass man mehr aus der Presse erfahren hat als von intern. Und da denke ich mir, wie kann das denn sein? Ja, im Dezember haben dann die Bosse Klartext geredet und sie haben alles auf den Tisch gelegt. Sie haben gesagt, okay, das Gehalt muss entweder radikal reduziert werden oder, ja, der Vertrag wird aufgelöst. Sicher haben wir in der Summe alle gesagt, dass es gilt für jeden das Gleiche und nicht für einzelne exklusiv Sondermöglichkeiten. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Vielleicht waren die Bosse überfordert und trotzdem, die Spieler fühlten sich nicht wertgeschätzt. Was ich gehört habe, ist, einige wären total gerne im Verein geblieben, wenn der Umgang mit ihnen besser gewesen wäre. Das Geld, das war zweitrangig. Es ging dann tatsächlich nur noch ums Prinzip. Das ist die Sache, die man den Bossen vorwerfen muss. Die Kommunikation, offen und ehrlich zu sein. Ja, da kommt man am weitesten. Ich habe es so oft in Gesprächen gehört, ey, die Kommunikation ist das größte Problem im Verein. Und das ist die Sache, die man dringend ändern muss. Jetzt gibt's Neustart 3.0. Türkgücü in München hat ein neues Konzept. Der Fokus wird auf die Jugend gelegt. Okay, das ist alternativlos, denn es ist ja kein Geld da. Der Trainer, Alper Kayabunar, ist perfekt dafür. Er ist ja früher in der U19 gewesen und ist dreimal in Folge aufgestiegen. Auf der einen Seite ist er auf Siege gedrillt worden, auf der anderen Seite soll er Talente entwickeln und diese Balance kriegt er ziemlich gut hin. Die aktuelle Situation macht das ein Stück weit leichter. Ich hab ja auch versucht, diese Spieler auch schon in der guten Zeit, wo wir sehr erfolgreich waren, zu integrieren. Deswegen war das mit den U19-Spielern natürlich nicht so schwer, weil der Kontakt immer da war. Also wenn du jetzt ein Trainer bist, der nie auf die U19 schaut, davor, obwohl wir wirklich sehr gestandene Spieler hatten für die Regionalliga, dann ist es, glaube ich, schwierig. Du hast keine Bindung zu den Spielern, aber ich hatte zu jedem Spieler auch in der U19 eine gute Bindung. Deswegen war das nicht so schwer, die zu integrieren. Sie direkt ins kalte Wasser zu schmeißen, ist natürlich riskant. Schauen wir uns auch mal ganz kurz die Startaufstellung gegen den TSV Aupstadt an. Eine 0-1-Niederlage, das war das erste Spiel im neuen Jahr. Leo Haas, David Abrangaou und Rabi Mzinghi. Drei Eigengewächse sind da direkt in der Startelf gestanden. Wobei, sie werden jetzt langsam integriert. Meistens sind sie ein Joker oder stehen nicht mal im Kader. Der Sprung in die Regionalliga ist halt sehr groß. Wichtig sind die Neuzugänge. Insgesamt sechs Spieler sind das und sie konnte man jetzt nicht finanziell locken, nicht mit besonders viel Geld. Wichtiger ist, dass sie eine Chance haben, sich zu zeigen. Denn die Regionalliga, die ist nun mal eine Plattform. Dementsprechend sind das auch Spieler, die aus unteren Ligen kommen. Und man merkt ja jetzt auch in der jetzigen Phase, die vielleicht auch mit der Liga gar nicht so zurechtkommen und die halt einfach noch Zeit brauchen. Aber ich glaube, an Spieler wird es hier nie mangeln, vor allem, weil die U19 auch stark ist. Und für mich ist es immer entscheidend, konkurrenzfähig zu sein. Und ich glaube, das ist trotzdem gegeben. Was in den Spielen schon sehr deutlich auffällt, ist die Kaderbreite. Der Start läuft super, da ist man auf Augenhöhe, aber nach einer Stunde geht die Luft aus. Es gibt dann Wechsel, weil die Energie fehlt und da ist dann ein sehr deutlicher Bruch zu spüren. Ich habe mal die Statistik rausgesucht aus der Regionalliga. Bei den Gegentoren kann man sagen, je später, desto mehr fallen. Tja, dadurch hat Türkecü seit dem Neustart keinen Sieg gefeiert. Es ist ein harter und steiniger Weg. Aber ich bin da sehr positiv. Also ich sehe da auch seit der Vorbereitung Woche für Woche. Wir analysieren auch ganz genau. Immer mit Videos und schauen, was wir verbessern wollen. Die Jungs ziehen super mit und dementsprechend versuchen wir, das anzupassen und zu verbessern. Was man Türkecü vorwerfen kann und eigentlich auch muss ist, jetzt wird zwar auf die Jugend gesetzt, man macht es aber nicht so ganz freiwillig. Mit etwas mehr Weitsicht hätte man dieses ganze Chaos verhindern können. Aber wie gesagt, das war Größenwahn. Beim Saisonstart hätte man dieses Konzept umsetzen können. Ein Gerüst aus erfahrenen Spielern, die Stabilität bringen und Talente, die das dann ergänzen. Das wäre perfekt gewesen, denn Türkecü hat riesiges Potenzial. In der Regionalliga ist man der einzige normale Klub direkt aus München. Im Umkreis sind viele Nachwuchsleistungszentren und dort werden jedes Jahr so, ich würde sagen, 50 bis 100 Spieler aussortiert. Was ist Ihr Plan B? Ja, Sie wollen meistens in der Region bleiben und da könnten Sie ja dann einen Umweg über die Regionalliga machen. Da wäre Türkecü die erste Anlaufstelle. Und für den Verein ist das natürlich auch attraktiv, denn sie kriegen eine hohe Qualität für ein kleines Gehalt. Also für sie könnte, also für die Talente, könnte der Verein ein Sprungbrett sein. Also für die Ligen, sag ich mal, wo wir jetzt gerade spielen, vielleicht ist man nicht dritter Platz, dann ist man vielleicht zehnter, zwölfter, aber der Philosophie sollte halt auf die Jugend gelegt werden und nicht immer Spielereinkäufe und Verkäufe. Also wir haben schon Spieler in dem Weg begleitet, die dann vom Türkecü aus die Plattform, die Bühne genutzt haben, sich zu beweisen. Das ist meine Vision eigentlich. Ja, das stimmt natürlich. Allein jetzt im Winter sind zwei Spieler in die Türkei verkauft worden. Işak Karaugul, das ist ein Rechtsverteidiger, der war Stammspieler bei Türkecü und Halid Yilmaz im offensiven Mittelfeld, auch er bekam regelmäßig Einsätze. Das ist ein Lichtblick und das muss noch deutlich öfter klappen, damit man finanziell deutlich gesünder dasteht. Aber das Problem ist, Türkecü muss dafür in der Regionalliga bleiben und das ist noch gar nicht so sicher. Punkt eins ist das Stadion, man sucht eine neue Heimat. Das Grünwalder Stadion ist zu teuer und bald nicht mehr verfügbar. Der FFC Wacker, die Frauen, die spielen höherklassig in der dritten Liga und die haben ein Vorrecht da zu spielen. Die Alternative wäre das Dante-Stadion im Westen von München. In den 80er und 90er Jahren war das schon die Heimat, da gab es Derbys vor 12.000 Fans. Aber es ist nicht so leicht, denn Football und die Leichtathletik gibt es dort. Dazu ist das Stadion nicht Regionalliga-tauglich, das muss umgebaut werden. Ein Gästeblock muss beispielsweise dahin und ein TV-Podest. Türkecü macht gerade Stadion-Hopping und das schadet dem ganzen Verein. Unsere Fans wissen nicht, wo wir nächste Woche spielen. So ungefähr wird... Spielen wir jetzt in Seligen Porten, spielen wir in Heimstädt, oder im Grünwaldestadion oder vielleicht ganz woanders, weil es eben Gründe dazu gibt. Das schafft keine Community, auch keine Fangemeinschaft. Ja, es sind immer nur ein paar hundert Fans bei den Spielen, das ist schon ziemlich traurig. Akai sagt, sollte die Miete billiger sein, kann Türkecü auch alleine überleben, ohne Investor, aber dann natürlich mit Sponsoren. Das Problem ist, kein Stadion, keine Regionalliga und dann gibt es den Zwangsabstieg. Es ist wenig Zeit, um da eine Lösung zu finden. Dazu kommt Punkt zwei, die Transfersperre. Die FIFA hat Türkecü bestraft und das gilt ab sofort. Es darf kein Spieler verpflichtet werden, der 16 Jahre oder älter ist. Warum? Ganz simpel. Als Profiklub in der dritten Liga hat man Stürmer Törlis Knöll verpflichtet. Die Ablöse 150.000 Euro, wie üblich, in Raten, aber dann ist die Insolvenz gekommen und deshalb konnte man diesen Betrag nicht vollständig bezahlen. Jetzt gibt es die Strafe, aber die Bosse sagen, naja, die ist eigentlich unberechtigt. Also die Verträge sind mit der Fußball-GmbH gelaufen und nicht mit dem Verein und dementsprechend sind die Forderungen des abgewinneren Vereins aus Kroatien gegenüber der insolventen GmbH dazustellen. Deswegen denke ich, dass das geklärt wird. Jetzt muss die FIFA handeln und je länger es dauert, desto schwieriger wird es für den Verein. Türkgücü hat einen Kader, der nicht so ganz konkurrenzfähig ist. Es sind viele Notlösungen dabei und man braucht Verstärkung. Sollte das nicht klappen, eben wegen einer Transfersperre, wäre es quasi ein Zwangsabstieg, halt ein Jahr später. Es ist gerade viel los, ihr merkt es und deshalb ist das Video auch so lang. Deshalb würde ich sagen, blickt man doch jetzt noch einmal kurz in die Zukunft. Türkgücü München, Was sollte denn in Zukunft das Ziel sein? Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen eine Sache, man muss bodenständig sein. Eine durchgehend sehr gute Jugendarbeit mit einer ersten Mannschaft, der in der höchsten Amateurliga spielt und permanent von der Jugend mitbedient wird. Und vielleicht auch so halt finanziell durch Verkäufe, sei es in die Türkei, sei es auch in Deutschland, dann vielleicht so auch finanziell besser aufgestellt zu sein, weil die Regionalliga unabhängig von Spielergehältern natürlich auch finanziell sehr aufwendig ist. Vielleicht auch, dass man sagt, man verzichtet, ja, oder man streicht erst mal den Traum vom Profifußball, man etabliert sich in der Regionalliga, man setzt auf Spieler aus dem Umfeld, aus dem Umland. Diesen Weg wollen alle gehen, aber tut man es dann auch wirklich konsequent? Da bleibe ich ehrlicherweise vorsichtig und skeptisch, denn zu oft ist da alles über den Haufen geworfen worden. Die Regionalliga ist für den Verein auf jeden Fall realistisch und da sollte man dann auch in Zukunft bleiben. Türkei, München, verbindet Kulturen. Der Verein tut dem deutschen Fußball gut, aber halt auch nur, wenn dort professionell und seriös gearbeitet wird. Bei Türkei, München, ist immer was los und deshalb gibt es ja schon einige Videos hier auf dem Kanal. Hier sind sie verlinkt, wenn ihr euch noch über die dritte Liga und den alten Investor informieren wollt. Klickt da gerne rein, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich alles Gute, haut rein und ciao.